hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal heute habe ich eine kleine do it yourself deko idee für die ihr perfekt wunderschöne stoffe schöne stoffreste oder eben auch stoffe ja die irgendwie eine besondere bedeutung für euch haben benutzen könnt und ich habe hier zum beispiel mal ich finde den so klasse der schwarze stoff mit den goldenen pünktchen da habe ich mir zum beispiel ein finas kleid rausgenäht und habe es dann natürlich extra so zugeschnitten dass die restübricht und in den bilderrahmen passt und ganz ganz cool eigentlich passend dazu habe ich mir für das nächste schnitt muss da was kommt jetzt im probenähen auch wieder ein richtig schön passend wenn man das nebenan an der wand hat auch ein stückchen abgeschnitten finde ich auch total süß hier atelier brunette macht an die seite immer so kleine schleifchen oder wirklich nur an der seite und ja das sind halt auch so erinnerungen für mich manche machen die jahresdecken das kenne ich auch wie so patchwork also in der einfachen variante wo man dann die stoffe vernäht die ja so gewissen erinnerungs und status haben oder die halt auch einfach schön sind genau und dafür brauchst du gar nicht viel du brauchst bilderrahmen und ich habe hier beim möbel stehen angehalten und mir da passende geholt die sehen dann auch an der wand richtig schön aus ich mache die hier auch fest wenn mein wasserschaden hier vorbei ist jetzt stehen sie erst mal hier auf der auf der auf dem bilderregal genau und ich würde auch immer weiß empfehlen weil es dann natürlich ja am unabhängigsten von der farbe der stoffe ist und am ende alles einfach schön zusammenpasst genau das ist das erste und zum anderen brauchst du sprühkleber also auch ganz einfachen kein täter habe ich jetzt hier in der großen packung 10 euro gekostet und der reicht noch ewig ja aber ich habe ja auch noch was vor also das kann man natürlich auch wunderbar ergänzen und ich finde ja in so einer nähe ecke finde ich das total klasse ja dann erst mal viel spaß beim gucken und viel spaß beim nachmachen also ihr braucht bilderrahmen stoffreste ich schneide die immer in der größe der bilderrahmen zu aber das zeige ich euch gleich noch und dann sprühkleber zum befestigen der stoffe als erstes legt ihr euch alles zurecht also eure stoffreste in der richtigen größe guckt auch dass die kleinen details die ihr vielleicht haben wollt gut zu sehen sind und dann geht es an das auspacken des bilderrahmen der bilderrahmen wird dann erstmal in seine einzelteile zerlegt das ist bei denen hier wirklich relativ einfach und auch wenn man das zum ersten mal ausprobiert glaube ich auch so eine wirklich gute alternative weil man eben nicht viel riskiert genau da ist bei der bei dem abdeckt blättchen würde ich jetzt mal sagen das ist ja kein glas mehr das ist ja nur kunststoff aber da ist so eine schutzschicht drüber auch auf beiden seiten die muss erst mal abgemacht werden genau was manchmal gar nicht so einfach ist aber naja genau und dann siehst du auch schon wie das darauf platziert wird das muss eben die richtige größe haben und der stoff sollte noch ein bisschen größer sein als diese abdeckscheibe also ich schneide mir das immer nach den außenmaßen des bilderrahmen zu und dann passt das gleich ganz gut genau und jetzt das ganze mit dem anderen bilderraum bitte wiederholen so nun muss die fläche geschützt werden also einmal bitte den tisch präparieren ich habe da zeitung genommen oder du machst eben gleich draußen denn der sprühkleber der sprüht eben ein bisschen also der hat einen etwas größeren dunstkreis also da auch wirklich großzügig auslegen und dann die scheibe nummer eins nehmen und da kommt jetzt eben der stoff drauf das heißt einmal alles vor dich hinlegen ordentlich schütteln so wie es auf der dose drauf steht und dann einmal dünn einmal drüber sprühen und dann eben auch den stoff richtig platzieren wichtig ist dass die rechte seite oben ist und die linke seite auf dem auf der scheibe drauf ist noch auf dem kunststoff genau alles fest drücken und den nachteil dieser variante hier den siehst du jetzt da klebt das ganze dann ein bisschen auch am papier fest also schnell abziehen oder bei dem großen bilderrahmen habe ich anders gemacht und zwar habe ich genau die scheibe gesprüht und sie dann auf den stoff aufgelegt und jetzt natürlich wichtig dass die linke seite des stoffes dich anguckt und du nachher auch die rechte seite außen hast aber das hier hat sich als die bessere variante herausgestellt logischerweise eigentlich so sieht das ganze dann jetzt aus genau sollte alles gut trocknen damit auch der kleber richtig schön fest ist und alles gut verbunden ist miteinander und dann geht es ans ausschneiden ich habe da meine schneidematte genommen und den rollschneider das funktioniert bei den glatten kanten ja super klar wenn man jetzt hier so ein stoff mit diesen goldenen genübbeln hat da meckerte halt manchmal an der einen oder anderen stelle aber so lässt sich das eigentlich richtig super sauber und gut ausschneiden und wenn dann alles fertig zugeschnitten ist dann geht es ans zusammensetzen des bilderrahmens so genau das so sieht das ganze aus ich habe es jetzt auch wirklich mit absicht in dem fall mal nicht gebügelt weil es dann einfach so einen schönen schöneren look kriegt finde ich so ein bisschen mehr stoffig und jetzt wird das ganze da eben einfach in den bilderrahmen eingesetzt und ich bin immer jemand ich nutze auch wirklich immer alles was dabei ist also bilderrahmen hinlegen den die scheibe mit dem stoff einsetzen und dann packe ich alles andere noch mal oben drüber damit auch einfach genug spannung da ist und alles gut sitzt genau jetzt kann man auch überlegen was man oben und unten haben möchte und falls ich mal hinstelle habe ich gedacht wäre es schön wenn es schleichen unten ist genau und dann wie gesagt zusammensetzen und das ganze mit dem zweiten bilderrahmen wiederholen und das war's auch schon da stehen jetzt meine zwei wunderbar zusammen passenden exemplare und ich hoffe die idee gefällt dir sagt mir mal bescheid ob das was für dich ist und ob du dir das vorstellen kannst ich finde auch das ist ein ganz tolles geschenk für alle nähnerds genau ansonsten lass mir gerne ein abo da und ja gibt mir natürlich einen daumen hoch und wir sehen uns dann beim nächsten mal tschüss